Ich bin Janine, ich studiere audiovisuelle Medien in Zürich und mache mein Leben lang schon Musik. Ich hatte aber immer mega Angst vor anderen Leuten zu singen und habe mir darum jetzt als Ziel gesetzt, innerhalb von einer Woche einen Song zu schreiben. Es war von Anfang an klar, dass ich das nicht alleine arbeite. Darum habe ich einen Aufruf gestartet auf Social Media und bin auf ihn gestossen. Cyril studiert auch in Zürich und macht seit 15 Jahren seine eigene Musik. Er veröffentlicht sie unter einem Künstlernamen Twenty Seal. Er hat mir geholfen einen Beat auszusuchen, aber nach ein paar gescheiterten Überwindungsversuche vor ihm los zu singen, habe ich gemerkt, ich muss alleine anfangen meinen Text zu schreiben. Dort kam schon die erste Challenge. Wo schreibe ich einen Song, wo mich niemand gehört? Es ist der 9. Mai und Tag 1 meiner Songwriting-Challenge. Darum setze ich jetzt in meinem Auto auf irgendeinen Parkplatz bei irgendeiner Wehr. Ähm... Schleibermelodie. Und dann habe ich meine Angst vor Judgment trotzdem überwinden müssen und im Cyril meinen ersten Text zeigt. Geil, das ist der Fall noch in den Huck. Jetzt müssen wir alles nochmal machen. Eigentlich war ich ja mega zufrieden mit der Hucke, die wir aufgenommen haben. Aber einen Tag später war ich dann am Schmitt-Konzert und musste einen kleinen Rückschlag erleben. Er hat so einen Sinn gemacht, der lyrisch gut klingt. Ich möchte einen Song schreiben, wie er das macht. Ich weiss, dass ich diese in dieser kurzen Zeit nicht erfüllen kann und auch mit meinen Erfahrungen. Ich möchte etwas Besseres machen, als was ich bisher habe. Ich verwirre vielleicht meinen Beat, vielleicht meinen Text, vielleicht meine Melodie. Ich verwirre vielleicht alles und fange nochmal von vorne an. Mein Kopf war wie leer. Ich habe es nicht mehr geschafft, irgendetwas aufs Papier zu bringen. Und ich wusste, jetzt muss ich mir Hilfe holen. Und dort kommt noch ein Beispiel. Der 22-jährige Zürcher ist von Beruf Musiker und Songwriter und konnte mir ein paar gute Tipps geben. Da kann man eigentlich recht locker sein, wenn man einfach mal etwas schreiben oder von sich erzählen. Und dann findet man Bedeutung im Text. Aber ich meine, es gibt ja wirklich keine Regeln. Man kann alles machen eigentlich. Es klingt immer so blöd, aber es sind schlussendlich dein Song, deine Musik, deine Gefühle, die du da reinpackst. Es kann dir dann das gar nicht mehr wegnehmen. Und wenn es für dich eine Bedeutung hat, dann stimmt es so. Ich muss ja loslassen an dieser Idee, dass der Text der philosophischste und beste Text ever auf dieser Welt wird. Das wird es eh nicht sein. Der erste Gedanke ist immer der beste. Und dann war ich wieder motiviert. Ich habe mir ein Plätzchen am See gesucht, wo ich ungestört meinen Song weiter schreiben konnte. Der Text ist also gestanden und jetzt ist es nur noch ums Producen und um den Feinschliff gegangen. Und nach vier Stunden im Studio ist er endlich fertig gewesen. Ich habe endlich nach neun Jahren Songsunterricht geschafft, einen eigenen Song zu schreiben. Und bin mega stolz und mega froh, dass ich es wirklich auch geschafft habe. Mir ist bewusst geworden, dass es bei diesem ganzen Projekt gar nicht unbedingt darum geht, einen eigenen Song zu schreiben. Sondern mehr darum, meine Angst vor Kritik und Judgment zu überwinden. Krisenkomfort. Krisenwissen wir die Welt. Oh nein! Wie? Ich muss schon... Ich muss schon... Und wenn du jetzt meinen ganzen Song und das Video dazu sehen willst, dann klick auf den Link unten.